Moin Moin und damit Willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Eagle Eyes in den Schatten Roms, vom Uhrwerk Verlag herausgegeben und das Ganze ist für Fade Core bzw. für Turbo Fade. Charlie, wollen Sie mir etwas sagen? Sie waren im ganzen Leben noch nie überrascht? Eagle Eyes bzw. Adleraugen ist ein Rollenspielprodukt, in dem wir uns in das alte Rom versetzen. Hier geht es darum, dass man eine Eliteeinheit, eine Garde spielt, die dem Senat untergeordnet ist, die sogenannten Adler und daher kommt dann eben auch der Name Eagle Eyes bzw. Adleraugen, denn die sind so ein bisschen die Inquisitoren, wenn man so möchte, die Exekutive des Senats. Ja, das Ganze ist so eine Mischung aus römischer Geschichte und dem Noir-Setting. Also eigentlich ist das Noir-Setting verankert in den 40er, 50er, 60er Jahren. Das sind immer diese Detektivgeschichten, wo man dann in einem rauchigen Hinterzimmer ein Detektiv beauftragt und dann gehen die Intrigen los. Also es ist so eine Mischung aus Intrigen, Detektivszenario und dann eben der Römischen Republik. Und das harmoniert ganz gut. Ich habe jetzt beim Lesen auch wieder sehr viele Ideen bekommen. Ich habe ja früher eine Cthulhu-Entvictus-Runde geleitet und jetzt, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, denke ich sehnsüchtig daran zurück. Zunächst wird in diesem Buch natürlich ein kleiner Überblick gewährt über das römische Leben, was natürlich ganz wichtig ist, aber eben auch dieses Noir-Setting, was damit verknüpft ist. Denn nicht jeder weiß, was genau man damit anfangen soll und die Erklärung finde ich da handgehend ganz gut. Rom natürlich sollte klar sein, wer also geschichtsinteressiert ist und Lust auf das römische Reich hat, für den kann das auf alle Fälle sehr, sehr interessant sein. Wer mit Geschichte oder geschichtlichen Settings nichts anfangen kann, der muss dieses Buch auch nicht kaufen. Der wird hier keinen Spaß daran haben, aber wenn man da Lust zu hat und wenn man damals aufgepasst hat, im Geschichtsunterricht unter Interesse gezeigt hat, dann wird man hier sicherlich eine ganze Menge wiedererkennen. Ich hatte damals ja eine ganze Menge zu vorbereitet. Ich habe mich da wochenlang eingearbeitet, habe in Archiven gestöbert, in Bibliotheken. Man hat da richtig Lust zu. Mir persönlich bietet dieses Buch wenig Neues zu den römischen Einflüssen, aber nichtsdestotrotz ist das trotzdem eine Investition wert, wenn man hier diesen Überblick haben will, wenn man die Regeln dazu sehen will, aber das gucken wir uns jetzt eben an. Und das Setting selber geht davon aus, dass man in der römischen Republik spielt. Das heißt, wenn der Senat noch eine aktive Handlungsfähigkeit hat. Um das einmal einzuordnen, das heißt, wir rechnen hier von ungefähr 120 vor Christus bis 45 vor Christus. Das ist so ungefähr dieser zeitliche Rahmen. Man kann natürlich noch weiter vorher spielen und man kann auch noch weiter danach spielen. Aber das ist eben auch dieser zeitliche Rahmen, der mich persönlich ganz besonders interessiert. Ich finde die Kaiser gar nicht so sehr interessant. Ich finde damals, als es noch keinen Diktator auf Lebenszeit gab, fand ich das Ganze wesentlich interessanter mit diesen Wirren, mit den Senatoren, die dann wirklich auch noch Handlungsspielräume hatten. Ja, finde ich eben ganz interessant, ganz persönlich. Und eben noch vor der marianischen Heeresformation, da ist auch noch nicht so viel passiert, finde ich zumindest. Das ist dann also so 120, da wurden dann die stehenden Heere eingeführt, sodass man dann eben die Legionäre auch mit richtigen Waffen ausrüsten konnte, damit man auch richtige Feldzüge führen konnte. Das war dann also diese Zeit, in dem dann Rom wirklich interessant wurde. Es gab dann auch die Aufstände, den Bürgerkrieg von Sulla, das fällt da auch noch mit eben rein. Und die Sklavenaufstände von Spartakus, auch das fällt da rein. Und später dann eben die Cäsarischen Kriege, wo dann ja auch das Triumvirat bestand, Markus Krasus und Pompejus. Aber das führt jetzt alles ein bisschen zu weit. Also wir befinden uns irgendwo 50 Jahre vor Christus und in diesem Rahmen spielen wir. Man kann es, wie gesagt, auch noch weiter nach vorne verschieben, aber diese Adler, diese Elite-Einheit, diese Polizei, wenn man so möchte, die Inquisitoren, das ist eine Einheit, die dem Senat untersteht, beziehungsweise drei Senatoren, die dann so ein bisschen den Handlungsspielraum für diese Polizei festlegen und die sollen dann ermitteln in diesem antiken Rom. Ihr merkt ja auch gerade, dass ich das Thema besonders interessant finde. Das war unter anderem auch ein Grund, warum ich mich jetzt für diese Rezension entschieden habe. Bei den Adlern wird dann natürlich erklärt, was das für eine Einheit ist, wo die herkommen, wie die sich rekrutieren und was die für Aufgaben haben, wie die organisiert sind, ob das Einzelgänger sind oder ob das eine kleine Gruppe ist. Natürlich ist es eine Gruppe. Es geht hier darum, dass man eine Rollenspielgruppe, ein paar Charaktere zusammenführt und ihnen dann eben einen gemeinsamen Auftrag gibt oder ein, wenn man in Fade-Termini sprechen möchte, Dilemma. Ja, nachdem diese Elite-Einheit einmal vorgestellt wurde, wird natürlich auch noch ein bisschen mehr zu Rom erzählt, damit man eben nicht in alten, verstaubten Bibliotheken und Archiven herumstöbern muss, wenn man das noch nie getan hat. Also dieses Buch kann in Kürze viele wichtige Dinge zusammenfassen, die dann eben ein Bild von Rom abgeben. Ich weiß nicht genau, ob das reicht, um damit zu leiten, aber es ist zumindest ein Anfang und damit kann man schon mal eine ganze Menge machen. Zusatzliteratur würde ich dazu allerdings empfehlen, aber einfach auch daran, weil ich es gerne mag und weil man da eigentlich gar nicht genug drüber wissen kann. Es wird ein bisschen was dazu gesagt, wie die Politik dort aussieht, also wieder was zum Senat. Es wird ein bisschen was zu der Religion erklärt, also welche Götter man damals angebetet hat, aber eben auch zu der Bevölkerung, also zu den Plebeiern, zu den Patriziern, Sklaven, Ausländern, die dann keine Bürgerrechte haben und so weiter. Und das ist alles sehr kurz gefasst, aber das reicht quasi, um sich so einen ersten Blick, ein erstes Bild zu machen. Und ja, ihr könntet das eben auch erkennen, wie das eben so aufgebaut ist, damit man sich da reinliest. Das heißt, jeder dieser Figuren hat eine Seite bekommen, zusammen mit einem Bild und in dieser Kürze ist das okay. Ja, dann geht man natürlich noch auf die Regeln ein. Eagle Eyes wird gespielt mit dem Fade-Setting oder mit den Fade-Regeln, das habe ich ja eben schon erzählt. Hier ist es sogar dann mit Turbo-Fade angelegt, damit es dann wirklich so kurz wie möglich ist und dass die Regeln im Hintergrund stehen, sage ich einfach mal. Wer es mit den Core-Regeln spielen will, kann das sicherlich auch tun, aber auch die Turbo-Fade-Regeln könnt ihr dann über die Homepage beziehen. Die sind meines Wissens kostenfrei und ich verlinke euch einfach mal unter dem Kanal nicht nur den Link zu diesem Regelwerk beziehungsweise zu diesem Setting, sondern eben auch zu den Turbo-Fade und zu den Fade-Core-Regeln. Ja, wie das bei Fade so ist, wird hier weniger mit Charakterwerten um sich geworfen, welches Talent kann ich besonders gut oder nicht, sondern hier steht eher das Konzept des Charakters im Vordergrund. Das ist ein Bild, was vor dem geistigen Auge direkt etwas erschafft, wo man direkt weiß, was das für ein Charakter ist. Also sprechende Bilder, und das kann man sich eben hier auf der linken Seite auch erkennen, schaut man sich einmal an, vom Kampf gezeichneter Legionär oder aber geistreicher Haussklave. Die ehrgeizige Frau eines gefallenen Patricias. Das sind eben Bilder, die direkt ein, ja, etwas vor dem geistigen Auge erschaffen, wo man direkt weiß, was das für ein Charakter ist. Und ebenso verhält er sich beim Dilemma. Also nicht nur der Vorteil wird definiert, sondern eben auch das Dilemma, der Nachteil oder etwas, was die Charaktere in Schwierigkeiten bringt, damit der Spielleiter dieses Dilemma reizen kann, damit man eben auch Fade-Punkte zurückbekommt oder so etwas. Und auch hier sind widersprechende Bilder der Fall, verfolgt von den Fehlern meines Vaters. Was auch immer das jetzt für Fehler sind, aber man kann damit schon direkt etwas anfangen, dass man eben noch in den großen Spuren seiner Vorfahren wandelt. Auch so etwas wäre möglich. Ja, das ist dann eben die Art und Weise, wie dann hier die Charaktere erschaffen werden. Wie gesagt, schaut euch dadurch dann nochmal bitte die Fade-Turbo-Regeln an, wenn euch das interessiert. Ansonsten machen wir einfach weiter. Es werden natürlich auch Ideale gebaut für den Charakter und die Petitio Videtur, also ein Geschenk, was der Senat dann dem Charakter machen kann, wenn er erfolgreich ist bei seinen Aufträgen. Das ist so ein bisschen die Motivation und der Antrieb, warum die Charaktere dann eben für die Adler handeln oder als Adler handeln, für den Senat. Denn sie begeben sich hier natürlich dann auch in Lebensgefahr und sie bekommen dann vielleicht nicht nur, aber auch Geld. Sie bekommen Gefallen. Das sind dann Dinge wie Titel oder ein Stück Land, was auch immer derjenige haben möchte. Oder dass man Menschen, die einem nahestehen, aus dem Exil zurückholen kann. Auch so etwas wäre möglich. Also alles das, was irgendwie der Senat möglich machen kann, würde dann in diese Petitio Videtur fallen. Und dann gibt es noch die Stoßgebete, die richten sich dann eben an die Götter. Und das ist eben auch noch ganz interessant. Hier sind jetzt nicht alle Götter aufgeführt, das würde natürlich zu weit führen. Es sind ein paar Beispiele angegeben. Minerva dann eben als Götter der Weisheit, wenn man so möchte. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Götter. Es gibt auch dann verschiedene Hausgötter oder Vorfahren, die man dann eben so anrufen könnte. Das ist dann etwas sehr Spezielles im alten Rom, wenn dann die Vorväter angebetet werden, die dann auch einen eigenen Schrein oder ein Altar haben. Aber da kann man sich eben dann inspirieren lassen und eigene Stoßgebete auch erschaffen, wenn man das möchte. Was ich ganz interessant finde und was mir sehr gut gefallen hat, dass diese Verschwörung, die man dann aufdecken muss, ich habe gesagt, es ist ein Noir-Setting, also düster, Detektiv, Intrigen, Verrat. Da finde ich das ganz interessant, dass diese Verschwörung wie ein NPC behandelt werden können. Das heißt, der hat eigene Lebenspunkte, wenn man so möchte und wenn man dann einen Aspekt dieser Intrige dann aufgedeckt hat, dann bekommt dieser NPC oder diese Verschwörung und bekommt Stress beziehungsweise Lebenspunkte abgezogen, wenn man so möchte. Wobei es dann eben hier anders definiert ist. Und je nachdem, wie groß diese Verschwörung sein soll, das könnte ich euch dann auf der rechten Seite angucken, je nachdem, wie groß diese Verschwörung ist und wie viele Abende man daran spielen möchte, kann man dann hier verschiedene Stresskästchen eben verwenden und die größer oder kleiner machen für längere Abende oder eine ganze Kampagne. Das ist ein ganz interessanter Ansatz, wie ich finde. Und man kann diese Verschwörung auch vorher schon auflösen, wenn man dann eben einen finalen Schlag machen möchte, aber auch das kann eben unvorhergesehene Konsequenzen haben. Vor allem, wenn die Spieler auch selber gar nicht wissen, wie viele Lebenspunkte oder wie viele Stresskästchen hat denn jetzt diese Intrige und haben wir jetzt den ganzen Kult vernichtet oder diese Verschwörung aufgedeckt oder war das nur ein Mittelsmann oder tauchen sie jetzt unter. Und das kann ziemlich spannend werden, wenn dann die Charaktere denken, sie sind schon fertig, dabei hat das Abenteuer gerade erst begonnen. Finde ich ziemlich gut gelöst, diesen Ansatz, dass man einmal so dahinter geht. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu improvisieren, denn Fade selber sagt ja, dass die Spieler mitbestimmen können, wie eine Szene aussieht und vielleicht auch wie eine Intrige dann sich weiterentwickelt. Es ist schwer zu improvisieren, aber auch dazu werden in diesem Buch dann noch Hilfestellungen gegeben, wie man eine Intrige aufbauen kann. Genau, das ist dann eben hier definiert in dem nächsten Kapitel und das fand ich eben auch sehr spannend, wie eine solche Intrige generell aufgebaut wird. Es ist völlig egal, ob man das dann eben für ein Rollenspiel benutzt oder auch für ein Buch, wenn man so etwas schreiben wollte oder eine Fernsehserie. Das heißt, man geht das mal von so einem Status Quo aus, wo dann alles im guten Bereich ist. Da muss natürlich definiert werden, wie etwas Gutes aussieht, damit man das dann eben brechen kann, zerstören kann, damit dann eben diese Ideale wiederhergestellt werden müssen, die man dann schon kennengelernt hat in den ersten paar Augenblicken. Und wenn das getan ist, kann man da eben dann noch definieren, wie weit das geht, sieht, wie man jetzt einen Bruch in das Ganze bringt, wie man Geheimnisse aufdeckt und was die Geheimnisse überhaupt sind. Das könnt ihr dann eben auch auf dieser Seite erkennen. Ich habe jetzt gerade einfach mal die nächste Seite gemacht. Das ist also, wie gesagt, sehr interessant, finde ich zumindest. Wenn euch das weiter interessiert, drückt einfach auf Pause und dann guckt euch das an. Ja, und abschließend findet man in dem Buch keine richtigen Abenteuer, aber zumindest Ideen. Was könnte man denn machen? Was wäre ein möglicher Aufhänger für ein Abenteuer? Das kann man dann eben verschieden ausdefinieren. Es bringt sowieso nichts, wenn man hier feste Abenteuer dann vorgibt. Das ist dann eben bei Fade ein bisschen schwieriger. Da wird das ja alles sehr la vidi da gehandhabt und die Spieler können da eben selber noch mitmengen. Da bin ich auch sehr interessant, wie sowas dann am Spieltisch funktioniert. Ob das was für einen einzelnen Abend ist, für einen One-Shot oder aber ob das eher was für eine Kampagne ist, bin ich mir selber gar nicht ganz sicher. Ich glaube, es könnte sehr interessant sein, wenn man dieses Geschenk vom Senat, die Petito Viditur, wenn man darauf hinarbeitet, bis man das letztendlich eben erfüllt bekommt und man dann eben sein Ziel erreicht hat, vielleicht auch aus den Adlern entlassen wird und man sich zur Ruhe setzen kann oder aber man macht es so lange weiter, bis man eben stirbt, bis man dann eben bei einem Auftrag getötet wird. Finde ich ganz interessant. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich hier eher für eigne. Ich glaube, ich würde so etwas wie ein Fuse-Shot anbieten. Das heißt, ein Abenteuer, was dann über, weiß ich nicht, zwei oder drei oder vier Abende geht, wo dann diese Intrige nicht nach einem Abend aufgedeckt wird, sondern das geht noch tiefer und hat noch gewurzelt und frisst sich irgendwo rein und man kann dann diese Tiefe erkennen, die dann eben auch vielleicht noch mit in den Senat reinmündet. Oder es ist auch hier eben noch beschrieben, wie man dann vielleicht diesen Fall vom Senat mitverfolgen kann, wenn dann Julius Cäsar gewählt wird. Auch das wäre möglich. Und ich finde, dieses Buch ist relativ kurz. Ihr könnt es erkennen. Wir sind jetzt hier irgendwo bei 60 Seiten. Es hat noch ein paar. Da kommen dann noch ein paar Charakterbögen. Es ist nicht lang, aber ich habe jetzt gelesen oder gehört, dass dieses Buch tatsächlich so aufgebaut ist, dass man es sich morgens nimmt und man kann es abends bereits leiten. Diese 60 Seiten sind schnell durchgelesen und man kann damit wirklich schnell arbeiten. Also es ist tatsächlich so, ich habe es mir heute Morgen genommen und ich war am Mittag durch damit und kann jetzt eben diese Rezension machen. Es ist also wirklich schnell gelesen und man kann dann damit arbeiten. Wobei ich mir persönlich dann, wenn ich nicht drin wäre im Thema, mir noch ein paar Randnotizen machen würde. Vielleicht dann noch den Rest des Tages, also wenn ich jetzt mittags durch bin, den Rest des Tages, könnte ich dann eben noch vorbereiten. Ich glaube, so etwas würde ich dann tun. Aber es ist tatsächlich so, dass man sich dieses Buch dann nehmen kann und dann sehr, sehr schnell damit leitet. Finde ich gut. Gut, damit komme ich auch zur Bewertung. Zeichnung und Layout. Hier gebe ich drei von vier Punkten. Das Layout an sich ist einfach gehalten. Das ist aber gar nicht so das Problem. Die Zeichnung finde ich ein bisschen merkwürdig. Es hat seinen eigenen Stil. Ihr habt es jetzt gesehen. Die ein oder andere Zeichnung war dabei. Es gibt auch noch ein paar mehr in diesem Buch. Die sind alle im gleichen Stil, aber mir persönlich gefällt der nicht ganz so gut. Da habe ich schon wesentlich Besseres gesehen und auch wesentlich Besseres dann vom Uhrwerkverlag beziehungsweise für das Fade-Setting. Meins ist es nicht, aber es ist halt immer im gleichen Stil. Drei von vier Punkten. Redaktion und Struktur. Hier gebe ich einfach mal vier von vier Punkten. Ja, ich habe hier wenig dran auszusetzen. Die Struktur ist auf alle Fälle sehr sinnvoll. Die Redaktion hat ihre Arbeit getan. Man hat das alles wirklich sehr klein und komprimiert gehalten. Das ist aber gewollt. Also man muss hier kein 300 Seiten Regelwerk erwarten. Und man lässt, also man kann es an einem Tag durchlesen beziehungsweise ich habe es sogar an einem Vormittag geschafft. Und von daher finde ich das eben richtig gut gelöst, dass es dann eben dieses Konzept gibt morgens kaufen und abends spielen. So habe ich das zumindest verstanden. Und ja, es gab wenig Rechtschreibfehler beziehungsweise ich habe gar keine gefunden. Ich weiß nicht, ob mir da irgendwas durch die Lappen gegangen ist. Da kann ich einfach nicht meckern. Bonuspunkte. Hier gebe ich sieben von acht Punkten. Ich ziehe einen Punkt ab, weil, naja gut, es ist wieder Fade. Ich komme da nicht ganz rein. Ich muss es wieder noch ein paar Mal spielen, damit ich eben verstanden habe, wie es funktioniert, damit ich mich da reinarbeiten kann. Ich habe immer ein Problem, wenn man damit zu sehr auf die Meta-Ebene geht, aber das habe ich ja eben auch schon bei dem Malmsturm gesagt. Und jetzt sind das natürlich eine ganze Menge Punkte, das heißt, wenn wir das Ganze mal zusammen addieren, kommen wir auf 14 von 16 Punkten und damit ist es auf alle Fälle schon mal ein sehr gutes Spiel, aber es ist keine Empfehlung für alle. Also das habe ich ja schon ganz am Anfang gesagt. Wer keine Lust hat auf A, Rom, beziehungsweise Römische Republik, B, Noir und Detektivgeschichten und Szenarien, für den ist dieses Buch einfach nichts und der kann es dann eben auch sein lassen, der muss da gar nicht reinschnuppern. Für wen das aber allerdings schon was ist, wer gerne Intrigen ausspielt oder versucht sie aufzuklären, wer gerne in der Römischen Republik agiert und sich dort bewegt und dann auch Geheimagenten spielt, der wird hier richtig viel Spaß haben und ich habe ja selber schon gesagt, gedacht, dass ich so dann wieder ein bisschen angefixt bin und werde mich nochmal wieder erneut hereinlesen. Ich gebe wie gesagt unten noch einmal an, wie die Links sind, vor allem dann auch zur Turbofade, wenn das umsonst ist und der Preis pro Seite ist eingeblendet und damit überlasse ich euch mit dieser Rezension eure eigenen Entscheidungen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich habe ja auch im Herzen verabschedet jetzt üßt